Egal, was soll's. Ah, scheiße. Durch! Durch! So. Was macht meine Katze da hinten auf dem... meinem Schreibtischstuhl? Also ich hab momentan keinen eigenen Schreibtisch. Ich teil mir meinen Schreibtisch mit meinem Freund. Ähm, wovon er wirklich den meisten Platz hat. Also wir haben so einen Ikea-Tisch, so, äh, ich glaub, 75 tief, 1,50 breit. Wovon ich vielleicht grad 30 cm einnehme, aber es reicht mir persönlich. Er macht dann doch ein bisschen mehr gerade am Rechner. So, erstmal raus hier. Du lässt mich schön in Ruhe. Oh ja, voll. Juhu. Geht doch. Inklusive einer fehlenden Tasche. Na, bitte. Das macht ja doch noch Sinn. Flup, flup. So. Jetzt bin ich hier. Werde wahrscheinlich nicht... Ah! Fuck it. Warum springe ich eigentlich nicht hier runter? Äh, Moment. Ich sollte dann in den Bereich unter uns kommen, wo ich eigentlich nicht hin will. Ja, genau hier hin. Und wo geht's dann weiter? Das ist eine gute Frage. Wenn nicht hier, wo dann? Willst du bitte von dem Schrank runterkommen? Hast du sie noch alle? Julie! Das ist jetzt ganz geil, dass das mitten im LP ist. Danke, du Walrus. Mann. Warum machst du die Scheiße eigentlich, wenn ich alleine bin? LPle? Äh, let's playe. Und du? Ja, ja, hier. Komm. Dobe Katze, du. Okay, war da vielleicht noch was anderes? Ich wirke minimal überfordert, oder? Lass mich in Ruhe. Okay, hier komme ich irgendwie... Nein! Ach, Mann, ey. Das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Hier war doch nichts weiter. Und hier komme ich nicht rüber. Ich da jetzt... Ihr dürft mich jetzt gerne Idiot nennen. Ey, das gibt's nicht, ne? Bin ich wirklich so saublöd? Scheinbar ja schon. Ähm. Moment, das mache ich nochmal. Leck mich, leck mich! Oh! Drecksviech. Ja, geh weg. Okay, warte. Da brauche ich wieder einen Schlüssel. Ich habe ja noch einen. Bin ich froh, dass ich gerade eine Fee habe. Alter! Ja, ich brenne, ich weiß. Da ist was zum Aufmachen. Waren das alle? Oh, das ist ne Kiste. Ne Kiste! Bomben! Bomben sind doch was Feines. Äh. Du bist ja schon wieder hier, du Pelzkneuf. Du hast wieder was hier. Geh weg. Okay, Moment. Hier unten? Da lang? Da lang? Da lang? Das muss die Kiste sein, das muss die Kiste sein. Das ist die Kiste! Ich habe den Hammer! Geh doch. So, weiter geht's. Und einen Schlüssel. Das ist natürlich sehr schön. Auch wenn ich hier, glaube ich, mit dem Schlüssel nicht mal anfangen kann, oder? Oder? Nee, nee, nee. Aber ich glaube, der Raum davor, da hatte ich die Möglichkeit, Schlüssel einzusetzen. Oh Gott, du bist so kuschelbedürftig, Mieze. Ähm. Hau zu! Hau zu! HAU ZU! Geh doch. Hau ha ha ha. So. Da geht's. Oh, da kommt was. Sehr schön. So, da ist noch ein Schlüssel. Leck mich. Hau. Na, du mich auch. Oh, Moment. Ich hätte noch an die Etagen tiefer gekonnt, ne? Nun, dann gehen wir doch da mal gucken, was da unten ist. Kann ja nicht schaden. Sind die Gegner wieder da? Nein. So. Einmal runter. Oh, holy. Oh, holy. Okay, das finde ich schon mal sehr nice. Ein Pfeil? Und ein kleiner Schlüssel, okay. Das sind so ein paar Robine. Das finde ich gar nicht mal so uncool gerade. Okay, aber den Boss kümmere ich mich jetzt mal gerade nicht. Da kam ich jetzt doch... Kam ich da leicht hin? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Lalalalalalalalalala. Ah, ne, da muss ich mit dem Porter hin. Okay, alles klar. Ich habe noch drei Herzen mal wieder. Aber hey, ich bin weitergekommen. Und um Gottes Willen, ich bete gerade, dass die Aufnahme vernünftig läuft. Geht nicht... Lalalala. Kann ich den auch schieben? Nee. Also dann nicht. Dann nehmt nicht. Nehm ich halt mal den. Das reicht mir schon, um durchzukommen. Okay. So. Das ist jetzt echt uncool. So ein Drecksmist. Ich bin eine Etage höher als die. Das ist ja noch beschissen. Geh weg! Geh weg! Ich hab's geschafft! Heu, 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 heu! Zwei Herzen! Das ist nicht lustig. Drei Herzen, vier Herzen, fünf Herzen. Schalter. Oh ne, ne? Der übliche, wie müssen sie gedrückt halten, äh, den Schalter gedrückt halten, Taktik. Ach, Mann! Hey, nein! So, dann hätten wir die schon mal gekillt. Das kostet zwar immer irgendwie Herzen, dieses rote Viech zu killen, aber irgendwie hab ich mich damit schon abgefunden. Au! Das ist dieser typische Schaltereffekt. Hoffentlich kommt jetzt nichts Bösartiges. Aber gut, was soll's. Ich hab, selbst wenn, wir haben eine Fee. Okay, wir haben eine Fee. Wir haben noch immer eine Fee. Wo ist mein Handy? Kätzchen? Kätzchen? Wo ist mein... Mausilein? Wo hast du... Ach, da. Ja, wir haben einen Hund im Haus, Flo. Und du nicht so panisch. Oh, wir haben einen Hund im Haus. Heieieieiei! Ich hab noch einen Schlüssel. Gib mir Herzen! Nein, keine Bomben, ich will Herzen. Ich piepse wieder zu viel. Das darf nicht wahr sein. Oh, fuck. Oh, fuck. Nun tu doch was! Ein Herz! Ein verdammtes Herz! Und ich bin auch nicht mal... Ah, ne, beim Boss. Heiliger. Scheiße. Leck mich! Wobei, lieber nicht. Ah, fuck. Ah! Bling, bling. Drecks Viech. Oh, Gott. Nee. Die Zunahmen, könnt ihr auch die Fackeln einschalten? Ich weiß! Was ist doch... Ei, komm schon. Geht doch. Was war denn hier eigentlich? Was hat denn hier auf mich gelauert? Oh, oh, oh. Hey, ei, ei, ei! Dämliche Viecher. Oh, die gehen mit weniger als... Oh, voll... Oh, nein! Ja, noch besser. Lass mich doch... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ach, fuck. Der hat wieder mal getroffen. Ach, Mann! Das war's. Das gibt es nicht. Das darf nicht wahr sein. Das... Hut mich an, ey! Ja, speichern weiter. Wie bin ich denn da jetzt hingekommen? Kann mir keiner verraten. Leck mich am Arsch. Wie kam ich da jetzt hin? Nicht hier rüber. Was denn? Ich bin durch die Mitte. Wobei, ich glaube, ich weiß nicht. Ich kann auch die andere Seite nehmen. Ey, das ist... Fuh, bah. Ich will noch eine Fee. Ey! Halt, warte. Ich muss da eh durch die Mitte. Ich muss nicht durch die Mitte. Ach, Mann! Ich spring mich hier selber gerade voll aus dem Konzept. Ey, Mann. Das darf nicht wahr sein. Ah, lass mich hoch. Ich muss doch doch durch die Mitte. Was ist denn das für ein Scheiß gerade? Ich bin noch... Ich glaube, ich brauche eine Pause, ey. Ehrlich. Dieses Feuerspirenzchen mit dem Vieh, das ist ja unglaublich scheiße. Also, so oft, wie ich jetzt Game Over war, das darf doch nicht wahr sein. Ehrlich. So schlecht war ich ja noch nie. Ah, ihr lasst mich in Ruhe. Weg da. Es war ja so klar, dass die Viecher wieder oben sind hier, ne? Na komm. Na komm. Oh, nun geh drauf. So. Gott verdammter. Schön wieder ein Herz. Ach, und erhoffen, dass ich dich mal nicht verrecke. Ach ja, da war was. Können wir ja ein Save-Point setzen. Mit einer Schnelltaste. Die Idee wäre gar nicht so verkehrt. Aber nein. Ich will ja ordentlich spielen. Oh ja, toll. Mal sehen, wie lange. Nee, ne? Nee, ne? Ähm. So geht's auch. So, und da die ja immer in die gleiche Richtung gucken, wie ich. Stirb. 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 Geht doch. Okay, das ging jetzt gerade gar nicht so schlecht, ne? Die Idee hätte ich früher schon kommen können. Ui. Komm wieder zurück. Puh. So. 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 Schluss mit den Spirenzien. Konzentration, Izu. Konzentration. Ah, fuck. Und da war es vorbei. Oh, nein. Oh, das geht doch nicht gut. Alter, Alter, Alter! Boah, leck mich. Das darf doch nicht wahr sein. Nein! Oh, das geht doch schon wieder schief. Das geht doch schon wieder schief. Oh, wenn es ist das, hat besser geklappt. Ey, leck mich am Arsch. Ja, genau. Ich bin auch schon wieder gleich tot. Sag ich doch. Oh, Leute, ich mache hier nur kurze Aufnahmepause. Ich bin gleich wieder da. Wir sehen uns vor dem Bossraum wieder. Bis gleich. Bis gleich. Bye. Boa. 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 Boa.